Oh, da fallen auch schon Schüsse. Oh Gott, ich sehe noch niemand. Kollegen, aussteigen. Okay, da drüben. Sind schon Speziale. Alter, einer überfahren. Das gibt es ja gar nicht. Sondereinsatzkräfte sind schon am Ort hier mit dem Panzerwagen. Hier um die Ecke muss es irgendwo sein. Hinter dem Polizeiwagen wird einmal geschossen. Alter. Warten die Waffe fallen. Der erste ist schon down. Nein, da schießt immer noch. Vielleicht ist auch noch einer. Oh, oh, oh. Wo ist der Zweite? Hinter dem roten Fahrzeug ist noch eine Person. Die Deckung mit dir, Alter. Bleib doch mal unten. Da sind die gepanzert, oder was gibt es nicht? Meine Schutze, die beste ist schon. Du und Lerd. Ich glaube, das war's. Nein. Gehe nach vorne. 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 Oh Gott. Alles okay. Der Kollege ist gerade umgefallen. Wollen wir gleich mal einen Krankenwagen. RTV bitte. Sie sind bereits auf Anfahrt. Und zwar bei Westweinwood. Sonst sehe ich jetzt keine Verletzten. Brauchen wir jetzt mal, dass ein Loose-Team hier gekommen ist. Verlegen nächstes Mal bitte als Cobra oder Vega bitte. Ja. Ich glaube, das scheint der einzige Verletzter zu sein. Bis auf die Verbrecher hier. Krasse Geschichte gewesen. Einige Fahrzeuge sind auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Gut. Die Situation hat man im Griff. Das heißt, wir können wieder abrücken. Gut. Sammeln schon meine Kollegen ein hier. Dann geht's wieder zurück zum Revier. Okay. Dann werde ich noch verarztet. Dankeschön. Dankeschön. So. Die Kollegen. Wo haben sich denn die verteilt hier? Einer ist noch ausständig. Ein Kollege. Also. gut. Zentralewehr sind wieder fertig hier. Waren zurück. Zum Revier. Gerade eben wurde uns wieder ein Einsatz mitgeteilt. Schüsse sind gefallen. Dann noch zuletzt die Streife holen. Da drüben winkt ein Typ. Alles klar. Da haben sie angerufen. Ja, ich habe angerufen. Ich habe Schüsse gehört auf der Straße. Wo ist denn der Typ genau? Na, weiter unten. Sehen Sie mal nach, bitte. Ja gut. Dann fahren wir mal runter. Es scheint sich eine einzelne Person hier verschanzt zu haben und ballert in der Gegend rum. Ja, man hört schon. Ich kann nur noch nichts sehen. Was ist denn da unten vielleicht? Das klingt aber eher als ob es hier oben wäre. Wo bist du? Das ist ja vielleicht im Park. Alter, ich sehe den Typen nicht. Da ist einer. Waffe fallen lassen. Lassen Sie die Pistole fallen. Waffe fallen lassen. Und wir werden das Feuer öffnen. Alter, lass uns die Wache jetzt fallen. Alter, hat er das Feuer geöffnet. Er hat auch mitgeschossen. Er hat auch mitgeschossen. Okay, rote Punkte auf der Karte. Scheiße, wir sind hier im Ganggebiet. Wow, wir bauen ja Verstärkung. Eine Gang. Eine Gang ist unterwegs hier. Da kommen noch mehrere. Alter, das geht schon wieder ab. Okay. Die Lage scheint sich wieder berühmt zu haben. Bis die Kollegen kommen, dauert es leider ewig hier. Okay. Gut. Meine drei Kollegen sind auch noch am Start. Dann lassen wir mal einen Gerichtsmediziner kommen. Die Kollegen sind bereits auf der Straße auf. 10 Gewinn, Straße. Aufräumen und die Autos sind natürlich auch total schaden. Gut. Der hier haben wir auch ausgeschaltet. Gehen wir da abrücken. Was für ein Einsatz. Wenn euch das Video bis jetzt gefällt, lasst einen Daumen oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr wollt. Und kommt auch gerne mal an den Discord vorbei. Alle Links unter dem Video. Ah, Polizeikollegen. Wir sind ein bisschen zu spät hier. Du kannst wieder nach Hause gehen. Gut. Noch meine Kollegen einsammeln und dann können wir wieder. Soeben wurde uns mitgeteilt, dass ein Banküberfall stattgefunden hat. Und die Räuber schon auf der Flucht sind. Doch, eine Streife ist schon vor Ort. Da ist einer in sein Auto eingestiegen. Leiner läuft hier. Okay, der verdrückt kurz. Vielleicht können wir mal verfolgen. So, stehen bleiben. Bleiben Sie stehen oder wir werden Schüsse abgeben. Gut. Habe eben Fuß geschossen. Aber läuft immer noch weiter. Hat Füße aus Stahl hier. Bleiben Sie jetzt stehen. Das gibt's gar nicht. Okay, unglücklich getroffen. Fangen wir gleich mal an den Notarzt. Die Kollegen sind bereits auf Anfahrt. Sollte sein bei Killbox Hill. Wurde der andere auch schon gefunden. Man weiß es nicht. Ich glaube der eine ist entkommen. Der Polizeistreife ist noch vor Ort. Einen haben wir geschnappt, aber es ist schwer verletzt worden. Gut. Sind wir hier fertig wieder. Aber uns wurde gerade wieder ein Einsatz gemeldet. Am Hafen von Los Santos gab es anscheinend Schusswechsel. Mit den örtlichen Hafenbehörden. Und da sollen wir mal raushelfen kommen. Mittlerweile hat es auch wieder angefangen zu regnen. Gut, wir sind gleich da. Wir sind am Hafen angekommen. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden wo genau die sind. Dann werden wir auf jeden Fall schon noch eine Sondereinheit dazu holen. Die Kollegen sind bereits auf Anfahrt. Auf, wo kann er weg? Ich schicke Ihnen jemanden. Auf, wo kann er weg? Kollegen. Okay, ich glaube sie haben uns schon entdeckt. Copy that. On my way. Copy that. Taking a look. Alter. Gewaffnete Personen mit Maschinengewehr. Oh Gott. Alter Schwede. Okay. Feuer selbst nicht. Obra, wo seid ihr? Obra ist da. Panzerwagen ist schon mal eine gute Entscheidung. Weitere Kollegen sind vor Ort. Ah genau und überfahren mich direkt. Mann, 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 Mann. Oh Gott. Helm habe ich auch verloren. Okay, der Fahrzeug brennt. Das Fahrzeug ist in die Luft geflogen. Ich kann nur Personen ganz schwer erkennen, wir müssen näher ran. Ich glaube die haben sich bis bei den Containern hier verschanzt. Da waren auf jeden Fall noch Schüsse. Da scheint sich beruhigt zu haben. So, hier haben wir noch einen roten Punkt. Oh Gott. Da hat sich noch einer versteckt. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Ich bin jetzt da raus. Tschüss. 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 Achamas. Schmitz. Ich bin jetzt hier alles echte Pit wiem.